Ich will gar nicht nach Hause, hier ist es so ultra nice, eh? Ihr könnt mal Obsidian abbauen Wir haben noch keine Diamantenwerkzeuge und wir haben kein Holz dabei, dass wir uns welche machen können Warte mal, ihr geht jetzt hier im Fett auf frühen Erkundung und nehmt kein Holz mit, oder was? Boah, ich hab'n Enderman gehört! Boah, den verklopp' ich! Komm her, du Rübel! Der TP-Talz weg, komm her! Ich hab's im Urin, dass ich gleich sterbe Hilf mir, hilf mir! Wer soll dir helfen? Diamanten, Diamanten! Eins, zwei, drei, vier Ey, 50-50 Ja, ich weiß 50-50 Hallo, geh mal mit, du Arschloch Alter, hörst du gerade das Gewitter? Ja Ja, hier regnet's Haha, wir sind in der trockenen Höhle Ich bin in mein Haus drin, oh Ey, Pitbull Warte! Ich dachte, da wär wieder was, okay, zwei Stück, gell? Nein, das ist der Name von Mr. Semtex Oh, dieser Scheiß-Docker, ey! Das gibt's gar nicht Das ist ja Wichser Oh, ich seh eu- ich seh eure Namen nicht Das ist so besser so Der will jetzt zu uns, ey Der will auch was vom Fund, hier, zwei Stück Wie viel hast du jetzt insgesamt, komplett? Sechs, sechs Stück Auch von zuhause? Hast du was zuhause schon was? Ne, zuhause hab ich noch vier Also hab ich insgesamt zehn Da ist die Drecksau Verräter Und ich bin mit einer Ender-Perle hergekommen, die ich hier oben runtergeschmissen habe Echt jetzt? Ja, das funktioniert, dann hast du keinen Sturzschaden Erzählen wir nix Du musst die runterwerfen und dann da drauf Ja Ja, und dann landest du genau da Wo die dann mit dem Sturzschaden Und die Zuschauer haben sich schon aufgeregt, dass wir keine Fackeln haben benutzen Ja, bei dir war's doch auch mega dunkel Ja, ich hab's jetzt wieder hochgeschraubt Ja komm, hol die X-Ray-Modder-Kass Und du musst deine Dings hier hochmachen Ähm Warte mal kurz Die Größe da, Kacke da Die Größe da Hab ich schon Ähm, die GUI-Größe Hab ich schon, hab ich schon Bulli-Größe Gell Entschuldigt mich mal eine Sekunde, mein Handy klingelt Einfach auflegen Kannst du sagen, Alter, wegdrücken Ja Nichts ist so wichtig wie Minecraft Okay Hier ist leer bis auf ein bisschen, äh, Eisen Nichts besonderes Na, obwohl ich hab erst 12 Eisen Eisen, Eisen, Eisen Eisen, Eisen Was willst du mit Eisen, wenn du, weiß ich, wieviel Diamant hast? Eisen Ja, Eisenrüstung Okay Wie kommt die hier unten eigentlich die ganze Zeit ohne Fackeln klar? Jetzt mal so im Ernst Ähm, ich hab meine Helligkeit ein bisschen höher geschraubt Da brauch ich keine Fackeln Ich auch Ich hab die voll hochgeschraubt Da siehst du, brauchst du gar keine mehr Oder fast nicht Ich hab nur ein bisschen hochgeschraubt Ich will so ein bisschen realistisch Oh, meine Eisenspitzhack ist gleich kaputt Die zweite schon Finde ich ein Arsch, Samtex Ich hab dich gerade fast geboxt, ey Geboxt? Ich boxt dir zwischen die Augen, Junge Was machst du hier? Suchen Suchen und zerstören? Ja Ja Ich weiß hier irgendwo so ein Camper, der nennt sich Diamant und den muss ich hier noch erledigen Ah, ja, das sind miese Wichser, ey Äh Gold gefunden Wie stelle ich eigentlich meine Helligkeit höher? Geht scheiße Ähm, in Optionen Also Optionen, Grafikeinstellungen, Helligkeit Machst du auch volle Ganne, Junge Und dann war's Und dann krieg ich wahrscheinlich erst nur so einen Blendschock, Alter Weil ich hier direkt nicht mehr wackelt stehe, ey Ey, da ist Erde Wow, wir haben Erde gefunden Gisela Wird aber gerecht, wird aber gerecht geteilt, die Erde, ne? Ja, ja, komm her, dann kriegst du die Hälfte Pity sucht immer noch, wie so ein Geier, ey Wie ein Geier Geier Ich will unbedingt noch mehr Diamanten Da bin ich wieder Ich hab nur neune Geier Ich, ich hab null Ich hab null Geier 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 Geiler Geier Fühl dich angesprochen Meinst du mich? Also ich bin kein Geier Ich bin aber wohl Ich rede auch mit Pitbull Du geupst Du geupst Du geupst Hast du geupst? Und schämt dich nicht? Nö Nö Da geht es überall ist nichts Da geht es auch unten, Aua Ach, Pedi, da bist du Warte Oh, verflucht die Hühnerseuche Verflucht die Hühnerseuche Verflucht die Hühnerseuche Verflucht die Hühnerseuche Hier ist wieder Lava Im Ernst? Ja Ja Komm wir müssen doch was finden, Mann Ich will noch mehr Ich hab Bock Ich will mehr Die dunkle Seite Oh, da war ein Blitz Die Wiese brennt, ey die Wiese brennt Feuerwehr ruft die Feuerwehr Oh mein Gott Scheiße, meine Eisenspitze Hacksig kaputt Beide Wenn ich so Steine finde Mit so Mit so blauen Krümeln drinnen, ne? Pedi, hm? Wo bist du jetzt wieder hin? Nach Hause Ich hab mal ne Frage Wenn ich so Steine mit so blauen Krümeln drinnen finde, ne? Zählt das dann auch, dass ich auch mit euch teilen muss? Steine mit blauen Krümeln? Ja, mein Gold hat ja so goldene Krümel drinnen, ne? Ja Eisen hat so ne komische Bronzefarben Einen Krümel da drinnen Kohle, so schwarze Krümel da drinnen Und wenn ich jetzt hier unten Sehr weit unten buddel Und finde welche mit so komisch blauen, hellblauen Krümelchen drinnen Nein, nein, du hackst nicht Du krebst ihn nach unten und findest gleich mal Lapislazuli Du hackst nicht Ja? Nach unten guck dir an, was ich hier für ein Gehege ausgehoben habe Bis ich mit zwei Stück Lapislazulu da gefunden habe Luluda Das ist ein Hühnerstall mehr nicht Hühnerstall Das ist ne Dönerbude Ich komm dir gleich voll unten hoch und zeig dir Dönerbude Ich hab auch Lapislazulu Lapislazulu Wenn ich den Mann finde, muss ich die gleich teilen? Ja, natürlich Also teilt ihr auch eure Diamanten mit mir? Nein, du warst ja nicht dabei bei unserer Höhentour eben Also ich meine, wenn ihr jetzt welche findet Dann sagen ich sie gar nicht Nur wenn wir alle zusammen unten sind, dann Ich bin doch unten Aber wenn du alleine unten bist, dann musst du natürlich nichts teilen Ich bin doch mit unten Monster wollen bei Fusion ins Haus rein Echt jetzt? Ja, die klopfen an deiner Tür Ey, verpiss dich das mein Haus, Mann Boah, was hat denn der Ding für dein Haus gebaut? Das gibt's doch nicht Der crazy Boah, Creeper Weil die Höhren nicht kaputt machen Wie kann denn bitteschön die Wiese brennen, wenn's regnet wie Sau Da hinten hat's keine Wand Da haben die Feuer und uns ausgemacht Pitbull, hinten bei der Erde waren noch ein paar Diamanten Nee Soll ich die jetzt mit Samtex auch noch teilen, oder? Ja, nur wenn er dabei war Beim Suchen Samtex? Ja? Willst du welche? Also, warst du dabei? Was ist das? Welche welche? Möchtest du Diamanten haben? Ich meine Braucht doch kein Mensch Nein, wenn wir jetzt zukünftig was finden Ich hab jetzt hier bei Uh, was ist das denn für ein fickt geiler Boden? Ja, willst du oder willst du nicht? Crazy Ja, wenn du das wirklich zu verschenken hast, immer Alter, warte Dann geb ich dir zwei Pitbull kriegt auch noch zwei Dann haben wir gerne Was hast du denn für'n Boden? Der ist Schneeke, wa? Ich will auch Aus Diamant Du hast hier keinen Scheiß Crazy will nicht mehr mitspielen Den kann man ja gar nicht abmachen Doch, kann man Der Rage quittet Ja, nein Ich hab noch was für dich Wie macht man so'n Boden? Aus Weiß im Holz Echt? Nicht schwarz? Nein, Weiß Dafür lass ich hier einen Freund bei dir rein, komm ja Viel Spaß mit dem Ah, hallo, hallo Ich bin der Günter Ey, Junge Samtex, was macht denn deine Freundin? Ähm, weiß ich nicht Die guckt gerade in ihrem Menü rum und isst ihre Süßigkeiten Weil die hat grad eine Suche Ey Pitbull Was denn? Aber wisst du die Diamanten oder nicht? Gewehr, gewehr, gewehr! Woah, geil Dankeschön Davon baue ich mir ne Diamantenfarm Dann züchte ich mir Diamanten Weißt du was? So just for fun, lass mich mal rein Ne Ich ess jetzt, ich ess ein Spinnenauge Da stirbt man ja! Ja Wie man stirbt von dem Spinnenauge Bist du tot? Bist du tot? Ne, drei Herzen noch Scheiße, ich wollt alles aufsammeln, wenn du was verloren hast Stoppt man echt? Ja Boah, geil, nur gut, dass ich es nicht gemacht hab Hatts schon verlockend, gell? Ey Scheiß Spinnen, bis dich! Ich hab nämlich auch drei Spinnenaugen Schalali, schalala Wir haben Eisen, wir haben Knochen Wir haben gleich einen Krampf im Finger So, 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 so Leute So sieht es also aus, ne? Ich muss mir noch ein paar Ölfen machen, Alter Ich hab ein Geschenk für Fusion Oh! Wenn man den Ofen kaputt macht, ist der dann kaputt Oder kann man den einsammeln dann? Nö, mit einer Spitzhack abbaust, dann kannst du den einsammeln Okay Fusion kommt sofort, was gibt es? Ich mach gleich Also ich hab drei Geschenke für dich Als Ausgleich für die Diamanten, die du mir geschenkt hast Ja, und ich hab dir auch welche geschenkt Nein Doch, er hat mich gefragt, ob er darf, hab ich ja gesagt Komm mal, komm ihm hier hinten, bevor du bist der Samtex die einsammelt, aus Versehen Das ist nicht Gold, Gold, Gold Ich hab, immerhin hab ich überhaupt gefragt, ja Ich hab, ich hab, ich hab's dein und das Geld Ich hab, ich hab, Alter, was dem Fotzen so gefällt Copyright, Copyright Danke Jetzt kann ich das Video nicht schocken Ja, klopf den wieder an meiner Tür So, ich muss mal, ja Hab ich dir nicht gesagt, ich würd jetzt kaufen Ahm Als Zeug Jehovas Crazy hat über das geile Haus Zeug Jehovas Ich würd jetzt eurer Drecksippe Wer trinkt hier? Wer trinkt hier? Äh, tschuldigung Ja, das regnet die ganze Zeit Was ist das für ein Pisswetter, Mann Weil keiner schlafen geht Stimmt, bist du Weil keiner Bett hat Stimmt, bist du Hau ab hier Ich hab ein Bett Hast irgendwer ein Bett? Ja, ich Ne Doch, hab ich das allererstes gemacht Bevor meine Wände standen, hatte ich schon ein Bett Wow Ich bin cool Ich hab elf Diamanten, Alter Ich hab dir einen Gefallen getan, Crazy Es kann niemand mehr an deine Tür klopfen No Oh, mit Eisen Die nehm ich gerne Ja, wenn ich dir schon die Tür zustelle Dann stell ich dir wenigstens Eisenärzte hin Oh, danke Ich hab fast 100 Eisen Ich weiß nicht, was ich damit machen soll So viel Wenn du keine Hobbys hast, schenk sie mir Ich hab gar noch wieder so viel Eisenärzte gefunden Das alles ist mit Bullen Ich schmelze jetzt erstmal mein Gold und mein Eisen ein Ich geh ein bisschen schneiden Alter, was hat der für ein Haus? Leck mich am Zipfel Wer, wer, wer? Ich will auch sehen Ja, deins, Mann Du stehst drin Danke Du bist kein Streber Warte, ich mach was für dich, okay? So ein Ding zum Einführen, ich weiß, du wartest drauf Der war nicht lustig Der war gut Nee Das hab ich irgendwie bei Ich hab was für dich, hab ich diesen Satz immer automatisch im Kopf Oh Gott Obwohl ich so eine Musik gar nicht höre Ich mach was für'n Crazy Nur weil er das geilste Haus bis jetzt hat, mach ich was für ihn Hallo, das geilste Haus bis jetzt hab ich Das hat eine Wand Du haust meine Fenster kaputt oder so Nee, wir haben doch gesagt, wir machen nichts kaputt bei dem anderen, sowas ist assi Ey Pitbull kannst mich nicht töten, darfst doch alles einsammeln, was ich hab Du hast bestimmt nix Ja, trotzdem Warum spring doch in Lava? Ja, ich komm nicht so schnell runter, tipp mich einfach Danke, nein Ich will die verdoppeln, komm her Prügelt euch Schlägerei, Schlägerei Ey, da hat jemand Gold hier reingelegt Ihr solltet euch darum prügeln War das mein Gold? War das mein Gold? War das mein Gold? Nein, das war meins, ich hab'n ganz, ich hab'n ganz, ich hab'n Gold-Herz-Block reingeschmissen Als allererstes erst mal die Tür zugemacht, ihr sch... Ihr kriegt nix, Alter Weißt du, dein Text macht Geschenke Mein Gold! Mein Gold! Mein Gold! Treppen, Treppen, Treppen Treppen, Treppen, Treppen Ey, wie ist das denn? Wir haben grad noch gesagt, wir machen nix kaputt und der macht direkt meine Scheibe kaputt Das war nicht die Scheibe Steht schon alles wieder, wo ist mein Gold? Das ist mein Gold! Das ist mein Gold! Mein Benehmen! Ach des, das war von Samtex Ja, ach, was? Echt? Ja, da steht, da steht drauf von Mr. Samtex Ey, komm nix mehr durch deine scheiße Tür durch Jetzt musst du hier drin bleiben bei mir sch... Nix mehr, da steht da drauf von Mr. Samtex Jetzt musst du mit mir schlafen Ok, sofort Nö, du kommst hier nicht mehr raus, du hast geschissen So Ah Dann schau ich mir mal diesen, äh, Dingblock ganz genau an Puh, diese Schönheit Ich will raus! Danke! Gehst du von mir? Ne Er meinte Schönheit Ja, deswegen dachte ich Schönheit, nicht das Gegenteil davon Das wäre? Du? Ihr könnt euch also nicht in Worte ausdrücken Das Gegenteil von Schönheit ist nicht du Doch, das stimmt aber Ich hab ein Blume gemacht! Ein Blume! Wir müssen der Königin noch Blumen schenken Ich mach's deinem Tag, äh, crazy auf ne Blume jetzt Still schweigen in der Lobby Ja, dachte ich mir auch gerade Irgendwas ist los, weil ich hab auf einmal ein Blue Screen Tja Tja, musst deine Cheats ausmachen Ja Ich möchte keine Blume! Ich würde jetzt kaufen! Warte, ich zeig dir was Scheiße! Ich hau dir denn alle über! Darum, darum Was ist denn los bei mir? Aber nicht mitten in mein Haus Obwohl, weil du's gemacht hast, bleibst du jetzt hier so drin, okay? Ja Ciao Was ist los bei mir? Meinst du es auf einmal schwarz? Sonne scheint Oh mein Gott, die Sonne scheint Die Füße stinken Mr. Samtex left the game und es wird auf zu regnen Und die Sonne scheint direkt Nur wenn du drin bist Äh, nur wenn du drinnen bist Ja Achso! Steffi, du blöde Fotze, Alter! Boah, boah, boah! Ich steh hier gerade vor meiner Kiste und dann buddelt sie die Erde unter mir weg, ey! Ich denk, es ist schwarz, weil mein Bildschirm beschlagen ist Ich bin aber nur in ein Loch gefallen, Alter! Oh mein! Trottel! Boah, ist das mies! Ähm, was wollte ich jetzt machen, Leute? Eins, zwei, drei, vier... Scheiße, wa? Brauchst du noch mehr weißes Holz, Steffi? Also ich richte mir gerade die Bücher ein Ich brauche Wasser Weiß jemand wo Wasser ist? Äh, lauf ein paar Meter Das was flüssig ist, was nicht leuchtet Also nicht, äh, nicht ins Licht gehen Nein, das ist nie gut in diesem Spiel Ich hab Wasser Und ihr nicht Ich hab Schweine Ich bin eins Und mein Männchen ist kein Moslem Wie geht nochmal ein Feuerzeug, Leute? Äh, Feuerstein Ja, hab ich alles, aber ich weiß nicht Ah, ich hab's Ja, es ging so Ich glaub so schräg Okay Ich Papst Dann fuck ich dich ab, dann So, jetzt kann ich euch schön abfackeln gleich Ich baue mein Haus aus Wolle Um nicht zu verleihen Ich glaub ja, mein Haus wird aber noch viel schöner aussehen als euer So Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Kohle Ich brauch noch Holz Pitbull? Ja? Wie groß darf man sein Haus bauen? Weil ich würd mir gern so ne interne Farm bauen Wo ich dann ein Ding äh, Brot anbaue Wird sagen, Farm machen wir außerhalb, oder? Wie außerhalb? Ne, so ne privates Farm Und nicht jeder was Nur so ne kleine Farm, wo ich mir dann halt, äh, ein Ding fürs Essen machen kann Das ist nicht immer... Nein! Ich red von Brot Was brennt das denn nicht? Ich brauche Cloudstone Mein Eisen brennt nicht Cloudstone? Hast du, äh, was zum Verbrennen runter? Ja, Kohle, das geht nicht Der Ofen ist kaputt, das muss ich nur... Ich hab Garantie noch drauf Von welcher Marke ist das? Privileg, oder? Ich... Ich würd sagen, du wartest, bis die Zeuge in die Homo wiederkommen Verkauf dir den scheiß Krempel Ich glaub auch, ich wart, bis sie kommen, ey, das geht nicht Kaufe ich mir halt einen neuen Ofen Alter, was ist da los? Eisenerz rein Und unten Kohle, aber da passiert nix Scheiß Ofen, leck mich am Zipfel, ne? Du weißt, du musst Eisenerz nehmen, ne? Nicht fertiges Eisen Eisenerz, ja Das geht aber nicht Du kannst ja gleich den Let's Play sehen, später morgen Geht nicht Scheiß direkt lang Später morgen Moin Also, ohne Spaß, ja Die Mesemtex hockt hier, glaub ich, schon genau so lange wie ich, ne? Und sie hat schon ihren Boden drin Ich gehe vor dir in die Kackposition, Mesemtex Und drehe mich einmal Und warte, 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 warte Ihr dürft nicht vergessen, dass Samtex hat vielleicht grad mal 3, 4, 5 Stunden Spielerfahrung Wenn ich jetzt mal so aus dem letzten LP und das hier mal dazu zähle Geht mir nicht anders Doch, das geht dir anders Du bist ein Kerl, du hast Eier Weil ihr zählt jede Spielstunde gleich doppelt, weil du einen Penis hast Penis Tunnel Timmel Alter, was will ich? Ich hab keine Ahnung was ich machen soll Mesemtex, hörst du mich? Ich höre Holz Ja, sie hört dich, aber sie kann nicht mitreden Hättest du mal ein Stück Erde für mich? Also nicht ein Stück, ähm Ein Stack wäre ganz nice Ich kann dir einen geben, aber schluss nicht Er hätte gerne ein Stack Erde von dir, Stefanie Alter, was macht der für ein Haus? Nicht einzeln zuwerfen Danke, danke Ich hätte gerne 64 Erde von dir und das als Dankeschön Ey, pflanzt doch keinen Baum in meinem Haus Das wollte ich mir Das macht der Pitbull mit Liebe Kann ich mir eine Axt ausleihen von dir? Klar, hier hinter dir Eine Diamantaxt bitte, danke Der steht da so wie bei Shining, Alter Da steh ich da ein Loch in deine Tür und guck so Alter Ey, crazy, nimm's mir nicht übel, ne Aber ich pflücke grad so ziemlich jeden weißen Baum auseinander, den ich finde Ich auch, ey Kein Problem Davon konnte man den Boden machen Aber nimm die Setzlinge bitte mit Ja, denn wie wir bei Pitbull gelernt haben im ersten Video Bäume immer ganz abbauen, ne Ja, das hab ich doch gemacht immer Jaja, klar, du hast den ganzen Stamm weggenommen und die Blätter liegen gelassen Die Blätter gehen ja auch alleine weg Das stimmt Sobald das Stamm weg ist, gehen die Blätter alleine kaputt Mit dem Feuerzeug Guck, jetzt ist er ruhig Nicht mit dem Feuerzeug Mit ganzen Baum meint der eigentlich nur Das ganze Holz Ja, weil wenn du ein Stück Holz drin lässt, dann bleiben die Blätter auch Und dann hast du so eine hässige Krone da oben Das muss man dann abfackeln Weißt du Ja Das muss man dann abfackeln Ich verhungere Nicht in real life, keine Angst Ich hab, ich hab schon lange keine Hungersleifte mehr Wem gehörte die hässliche Lache, soll ich gerade von meiner Freundin fragen Pitbull Was? Gleich werdet ihr alle staunen Warum hast du dann ein Dach an deinem viereckigen Bungalow? Oh Pitbull spielt wieder rum Ich darf nie mit Feuer spielen, ey Er darf mir kein Feuerzeug in die Hand geben Oh, ist crazy, ich hab noch mal Geschenke Neben deiner Freundin Crazy? Ja, ja, ja Und ich meine nicht die Spinne, die mir da gelaufen ist Pausi kaputt Wieso verbreitet sich das so gut wie gar nicht? Doch, mach das Setzling, Setzling 14 Stück vom weißen Baum Ich hab gedacht die weißen Bäume sind alle voll scheiße, aber die sind saugeil Bäume, 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 Bäume Ich hab Hunger sehe ich gerade, ich hab noch nicht Ich seh noch gar keine Tiere hier, gell? Habt ihr schon mal Tiere hier gesehen? Ich nicht Die haben wir alle getötet Ich schon, dann habe ich sie gewessen Weil bald schalten wir ein, dass wir sterben von den Gegnern und so Also noch nicht, aber irgendwann schon Ja, ist ja auch richtig so Oh Steffi, baust du jetzt alles aus Clearstone? Cleanstone? Setzlinge Oh yeah, meine geile weißen Farm Ich baue mir auch gerade eine Aber mein Meine ist schöner Was mach ich da, Alter? Was mach ich da, Alter? Bist du grad zu Hause, ähm, Crazy? Hm, vor dem Haus, ja Okay Warum? Ne, nur so Schade, jetzt kann ich nie einbrechen, na Ne, irgendwie brennt hier was Ja, ja, ja Zufällig Cat Bull ist nicht schuld So, was macht ihr da? Zäune Machen wir eine gemeinsame Farm oder jeder für sich? Ich habe für mich jetzt eine gemacht Jeder für sich, okay Nur halt Schafe und so, da könnten wir mal so ein riesen Gehege machen, bisschen außerhalb Mein Ofen geht nicht Ofen ist voll der Penner Ich hasse Ofen Ja, du hast doch die Garantie noch oder nicht, meinst du gerade? Ja, aber wir haben noch Ding, Sonntag, Mann Ja, alles zu Ja, das musst du natürlich mit berechnen, ja, es geht So, ach, scheiß'n Dreck Oh, die Bretter sehen übernice aus, ja Jetzt brauche ich eine Schaufel Oder? Habe ich eine Schaufel? Habe ich Schaufel? Habe ich keine Schaufel? Scheiße Wie geil die Bretter aussehen Hast du ja eine neue Wix-Vorlage Jetzt brauche ich das Foto deiner Freundin nicht mehr Darauf kannst du dir einen runterholen, Alter Das wird im Internet als größte Herausforderung der Menschheitsgeschichte gehandelt, sich darauf einen runterzuholen Ich mache gerade 120 Cleanstone, Stephanie, für dich, ne? Okay Das wird dir keiner glauben, alle wissen, dass man sie nicht hören kann Du wirst sie im Let's Play hören, dass man sie hören kann, manchmal Ja Du wirst im Let's Play sehen, dass man sie hören kann Ich habe hören gesagt Du wirst im Let's Play sehen, dass man sie hören kann Habe ich gar nicht gesagt Nein Ich habe gesagt, dass du gesagt hast, er gesagt haben, tun haben, sie haben Kannst du ja später reinziehen, das habe ich nicht gesagt Du kannst, ja das ist genauso genug, wie du sagst, ich habe gehört, dass du gesagt hast Ah ne, das ergibt sogar einen Sinn, Scheiße Ich habe gesehen, dass du gesagt hast So, ich muss mal die Bäume hier anpflanzen jetzt Ähm, eine Frage, wer hat vor meinem Haus, äh, vor kurzem Bäume gefällt Pitbull war's Pitbull war's In Zweifelsfalle immer den Pitbull fragen Ich habe gerade so einen riesigen Baumkronenzipfel vor mir an den Netz mühsam abbauen, weil der im Weg von meinem Dach steht Ach, Leute, Leute, ihr macht das Dummheiten hier Bitteschön Warte, eine 360 Breaking by the Bones Mein Gott, dauert das lange Uhhh, ich bin für'n Cut Warte, nein Warte, ich muss wenigstens noch das Lavigat hier verlegen Den nicht das Und ich muss auch noch Wasser reinmachen Ich will noch Laminat Welches Arschloch ist in meiner Farm rumgesprungen? Die ist kaputt Nee, ich nicht Die zeugen Jehovas Stefan, ich gucke mal vor meinem Buch So rennen sie alle Ehe ohne Scheiß Mann Boah, jetzt gibt's Schläge, du Scheißfeld Komm her, bam, in dein Face, du Scheiß Komm, jetzt wird da alles mit Samen vollgemacht So, ich würde sagen, ich mache jetzt noch meinen Brunnen fertig und dann cutten wir Ja Nein, ich will noch weiter spielen Ich will, aber der Manu muss ja schlafen Der Manu muss nicht schlafen wie um 18.30 Uhr Manu, du kriegst von mir morgen Bewusstseins erweitern Drogen, du musst nicht schlafen Ey, ich sag mal, will mich das Feld verarschen Willst du uns verarschen, du gehst nicht schlafen Okay, wir wollen noch weiter spielen Ja, ich kann da nichts anbauen Das verschwindet einfach und kommt wieder Boah, das ist, weil du gesagt hast, dass du offline gehen willst Ja, und mein Ofen geht nicht, ey, ich muss gleich so einen Handwerker hierher holen Ja, ich mache Handwerker Du klaust mir wieder was Boah, zu gut hast, sie haben einen Handwerker gerufen Sie haben einen Handwerker gerufen, ich klopf mal an Guck mal, ob mein Scheiß Aufen geht Es geht Funktioniert der wieder? Mal gucken Du guckst hier gar nicht, wie ich den repariere Ja Nein, der geht nicht Ich tue andere Kohle rein Die ganze Zeit Schiff Lässt wieder los Und drück der wieder Schiff Und dass die ganze Zeit von oben hoch Ich verprügeln gerade mit dem Kotelett, wenn er dann nicht geht, weil sie auch nicht Oh, ich habe ja echt Schiff gedrückt Tadaa, ich bin so gut Wenn der Ofen nicht funktioniert mit dem Kotelett verprügelt, habe ich gerade gelernt Warum kann man den Schiff drücken, damit es reingeht Stehe ich nicht Oh, scheiße Jetzt geht wieder alles Ja, Leute Ich muss jetzt echt weg Warte, ich mache meinen Boden gleich fertig Also, gleich ist er fertig Alter, ich bin doch krank Crazy? Mhm Die Zombies spawnen, äh, ne, campen auf deinem Dach Jaa Er lebt noch Er lebt noch Jaa Er lebt noch Ich finde, ich habe ausdrücklich gesagt, ich möchte nichts kaufen Und jetzt, ähm, ziehe ich hier so eine Sauerei ab Das finde ich, ne, ne, das, nein Und der Boden sieht geil aus Leck mich am Zipfel So, Leute, dann machen wir beenden, oder? Zipfel mich am weg Jawohl Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder Jo, bis zum nächsten Mal Tschüss